Musik Der Interviewgast für Folge 4 von Coach Reporter kommt aus Österreich, Paul Mieser. Nach einer kurzen Vorstellung erzählt Herr Mieser über den Weg, der ihn letztendlich zum Coachberuf führte. Er bezeichnet sich selbst als Live-Designer. Da liegt die Frage natürlich nahe, was so ein Live-Designer denn macht. Im Mittelpunkt seines Coachings steht eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Im Interview erläutert Herr Mieser, was er darunter versteht. Herr Mieser veranstaltet ein Seminar mit dem Titel Lizenz zur finanziellen Freiheit. Eines seiner Bücher heißt Die Lizenz zum Reich werden. Im Gespräch erläutert er kurz, was der Teilnehmer bzw. Leser zu erwarten hat. Herr Mieser ist im Web 2.0 und in sozialen Netzwerken sehr aktiv. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle diese neuen digitalen Formate heute bereits für sein Coaching-Business spielen und wie er die zukünftige Entwicklung sieht. Zum Abschluss gibt uns Herr Mieser noch einige Lesetipps. Das komplette Interview mit Herrn Mieser finden Sie auf coachreporter unter www.coachreporter.de-004-paul-mieser. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.